Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Gmail-Konto anmelden könnt. Dafür geht ihr erstmal auf Gmail rauf, drückt auf den zweiten Link und drückt oben rechts auf Anmelden und gelangt dann auf diesen Punkt. Nun müsst ihr euch mit euren Daten anmelden. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.